Freunde. Bestimmung. Live. Berlin. Wunderbar. Multikulti, Musik aus aller Welt. Sommer. Nun, es ist jedes Jahr anders, muss man sagen. Jedes Jahr ändert sich das Konzept ein wenig. Es ändert sich die Atmosphäre auf der Straße. Wenn du hier mal rumschaust, vor vier, fünf Jahren, hast du diese Masse an Menschen gar nicht gehabt. Ich habe schon unglaublich viele Bands auf der Viertelermusik gesehen, auf die ich sonst nie gestoßen wäre. Irgendwelche kleinen Straßenmusiker, die ich jedes Jahr versuche wiederzufinden. Und das ist einfach das Schöne an diesem Straßenfest. Es lohnt sich jedes Mal wieder. Was mir eigentlich am meisten gefällt, das sind die vielen selbstorganisierten. Acts, Events, Leute, die sich auf die Straße stellen, die einfach die Straße auch zu einem öffentlichen Ort machen. Aber ich bin jetzt hier einfach durch die Straßen gefahren und bleibe immer irgendwo hängen und entdecke schöne Dinge. Und was ich auch toll finde an der FED ist, dass das ganze Europa oder weltweit einfach ist. Das ist doch super an dem gleichen Tag. Überall finden solche Feste statt. Ich finde es toll. Die Musik ist sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig in der Welt.